Drei Tage lang lagen wir in den Granatlöchern, dem Tod ins Auge sehnt, in jeden Augenblick erwartend. Dazu kein Tropfen Wasser und der entsetzliche Leichengestank. Die eine Granate begräbt die Toten, die andere reißt sie wieder heraus. Will man sich eingraben, kommt man gleich auf Tote. Ich hatte eine Gruppe, doch gebetet hat jeder für sich. Das Schlimmste ist das Ablösen, das Rein und Raus, durch das ständige Sperrfeuer. Hinzu ging's durch Fort Douaumont, sowas habe ich noch nie gesehen. Hier liegt alles voll schwer Verwundete und riecht nach Toten. Dazu liegt es ebenfalls ständig unter Feuer. Wir hatten ungefähr 40 Tote und Verwundete. Das war noch wenig für eine Kompanie, wie man hörte. Alle sahen bleich und verzerrt aus.